Was passiert heute in der Frau Wies? Das letzte Heu wird eingeführt. Das letzte Fuder und zwar mit unserem Fiat 450 TT mit 45 PS Allradantrieb. Ein älterer Traktor, aber einwandfrei im Zustand. Und der Ladewagen Bödinger 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 mit 20 Kubik Fassungsvermögen. Hier die letzten drei Maden. Einen grossen Teil der Fläche haben wir dort unten in der Weitscheune hineingetan. Zum Glück denn, hier stimmt doch etwas nicht. Das Förderband von der Dosieranlage, wieso steht das so in der Wand? Ganz einfach. Die Walze unten ist kaputt gegangen für den Antrieb vom Gummiband, welches das Heu von der Dosieranlage ins Gebläse befördert. Und darum jetzt die letzten zwei, drei Fuder waren die jetzt Handarbeit. Und jetzt gehen wir das letzte Fuder holen. 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 Vielen Dank.